Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Ole Ole beim Tele-Stammtisch, willkommen bei unserer Besprechung zu Wochenendrebellen, den neuen Film mit Florian David-Fitz, Ich bin's, Du und heute an meiner Fankurve die Lida. Hallo Lida! Ole! Ole, Lida. Ich glaube, wir müssen ehrlicherweise unseren Zuhörerschaft draußen sagen, dass wir beide jetzt nicht die größten Fußballfans sind, oder? Kann man nicht behaupten. Okay, gut, dann, ja, tut's mir leid. Wir reden über Wochenendrebellen, wie gesagt, ein Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert, von einem Regisseur, der in den letzten Jahren sich, glaube ich, zur Aufgabe gemacht hat, jede wahre Begebenheit, in Deutschland irgendwie auf Film zu bannen, nämlich Marc Rotemund. Lida, kannst du uns eben kurz sagen, worum es in Wochenendrebellen geht? Ja, wir haben hier Florian David-Fitz als Vater eines Jungen, der ist etwa zehn Jahre alt, heißt Jason und ist im autistischen Spektrum. Der Film benutzt noch den Begriff Asperger-Syndrom, der inzwischen nicht mehr verwendet wird, aus guten Gründen, die wir euch nachher noch etwas genauer erklären können. Und dieser junge Sohn hat eben Probleme, sich anzupassen in der Schule. Er hat da nicht die Integrationsmöglichkeiten, die er bräuchte, das Umfeld, das ihm helfen würde, sich freier zu entfalten. Und so kommt es dann, dass sein Vater und er eine Art Deal machen, in dem es eben so sein soll, dass sie zu Fußball, dass er so ein Lieblingsfußballteam finden muss, um sich dadurch hoffentlich besser integrieren zu können in seine Klassengemeinschaft. Und um das zu finden, muss er mit seinem Vater sämtliche Fußballstadien oder Fußballteams abklappern. Und aus dieser Aktivität entwickelt sich dann zum ersten Mal ein richtiges Band zwischen Vater und Sohn, die vorher nicht so viel miteinander zu tun hatten. Denn da war der Vater vor allem mit der Arbeit beschäftigt und hatte den Sohn sozusagen bei seiner Mutter, gespielt von Aileen Thesel, geparkt. Ich bin jetzt einfach neugierig. Ich bin mir sicher, du hast ja wahrscheinlich schon rausgesucht, wann du das Thema genauer behandeln möchtest. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig. Warum ist Asperger nicht mehr, warum wird das nicht mehr benutzt? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt wirklich neugierig. Das hat tatsächlich, denke ich, vor allem damit zu tun, dass dieser Asperger eine sehr problematische Figur war. Tatsächlich war er direkt darin involviert. Also, holen wir etwas weiter aus. Also, Asperger hat mit Kindern geforscht, das war nah an der NS-Zeit. Und er hat diesen Begriff eigentlich kreiert, um Kinder, die gar nicht unbedingt neuro-untypisch waren, also die vielleicht sich nicht ganz so gut in ein, das muss man jetzt wirklich konkret sagen, in ein faschistisches, nationalsozialistisches Gesellschaftsideal vom Menschen einfügen ließen. Und ich denke, man muss nicht irgendwie mentale oder psychologische Herausforderungen haben, sondern es reicht einfach schon, ein ganz normaler Mensch zu sein, um nicht in das nationalsozialistische Ideal eines Menschen zu passen, um diese Kinder trotzdem aussortieren zu können. Und ein beachtlicher Teil von Kindern, mit denen Asperger geforscht hat, sind auch aufgrund seiner Diagnosen dann eliminiert worden. Asperger war kein netter Mensch. Und das ist auch ein Aspekt, den man immer im Kopf haben muss, dass bestimmte Diagnosen oder sogenannte Diagnosen, die gängig sind oder in diesem schrecklichen DCM-Manual stehen, nicht zeitgemäß sind und unter Umständen gemacht wurden, wo man sich wirklich fragen muss, was ist das Ziel dieser Diagnose? Gut, danke. Das wusste ich noch gar nicht. Jetzt aber zu Wochenend-Rebellen und jetzt wird es, glaube ich, zumindest für mich uninteressant. Ich habe ihn heute ganz frisch gesehen. Bei dir ist die Sichtung ein bisschen länger her, oder? Genau, die Pressevorführung, die allererste, war schon vor einigen Wochen, aber er ist mir noch ganz gut im Gedächtnis. Gut, dann hast du mir was voraus, weil ich habe ihn, wie gesagt, heute Morgen geguckt und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich nichts mehr so richtig mir behalten, außer zwei Sachen, nämlich, dass ich ihn gefällig fand und dass ich eine Sache wirklich toll fand, und zwar, dass ich den Jungen, also diesen autistischen Jungen, furchtbar, furchtbar nervig fand. Und das meine ich positiv, denn, wenn Filme Autismus behandeln, ist es halt oft so Rain-Man-mäßig, das ist immer das Paradebeispiel. Also der nette, etwas schrullige Autist, der dann irgendwas besonders gut kann, aber dann letztlich auch total liebenswert ist. Und ich kann ja sagen, dass ich in meinem Leben schon ein paar Jährchen ja mit mehrfach Behinderten zusammengearbeitet habe und da habe ich etwas gelernt, nämlich, jeder Mensch hat das Recht, ein Arschloch zu sein, auch Leute mit Handicap. Und ich finde, das macht der Film ganz gut. Ich fand diesen Jason furchtbar unsympathisch. Das möchte ich jetzt aber hier nicht moralisch bewerten. Das steht mir nicht zu. Ich fand es aber tatsächlich toll. Und das ist das, ja, das Positivste, was ich zu diesem Film sagen kann, der ansonsten an mir komplett vorbeigeschüppert ist, ohne weiter Hallo zu sagen. Ich spreche diesem Film nicht ganz so beliebig oder neutral gegenüber. Mich hat er sehr geärgert teilweise. Und das ist nicht der erste Film, in diesem Fall nicht von, aber mit Florian David Fitz, in dem das der Fall ist. Der Film erinnerte mich teilweise auf unangenehme Weise auch sehr an Oscars Kleid oder an Vincent Willmeer. Und zwar schon einmal darin, dass es hier der Autismus, du hast das ganz gut mit Rain Man und so weiter verglichen, dieses Autistische Spektrum, dass es auf ein paar Klischees beschränkt wird, die man vor allem schon aus dem Kino und aus anderen Filmen kennt. Und das ist ganz typisch, zumindest für die Filme, die ich mit Florian David Fitz hier gesehen habe, in denen bestimmte psychologische oder mentale Herausforderungen dargestellt wurden. Die Symptome lassen sich an- und ausschalten, wie es gerade ins Drehbuch passt. Dann hat jemand mal einmal Probleme mit dieser oder jener Sache oder Veränderungen und dann ist es wieder völlig in Ordnung. Mal ist ein Riesendrama und dann passiert gar nichts. Und das ist einfach, gibt dem Ganzen, auch wenn es auf wahren Begebenheiten basiert, eine sehr unglaubwürdige, ein sehr unglaubwürdiges R. Man merkt, fühlt sich hier jeden Moment in einer konstruierten Story. Und dann ist der nächste Punkt, es geht nicht um Jason. Es geht die ganze Zeit um den Vater, um Mirko, heißt er hier. Und das stört mich. Es stört mich massiv, dass dieser Film so tut, als ob er eine Story von diesem Kind mit diesem autistischen Spektrum wäre, auch als ob er sich um Neurodivergenz scheren würde. Was er nicht tut. Er stellt wieder den völlig neurotypischen, straighten, weißen, mittelständischen Mann in den Mittelpunkt. Und das gleiche noch bei Oscars Kleid der Fall, dass es hier nur darum geht, oh, so schwer haben, ist die meistens abwesenden Väter dieser Kinder. Und das ist massiv daneben. Das ist mir dann auch aufgefallen, weil zu Beginn des Films sehen wir ja, dass ja seine Frau, Fatimi heißt sie im Film, ja auch schwer zu schuften hat. Und dann wird das aber gar nicht mehr weiter thematisiert. Sie sagt dann zu ihm sowas wie du, ich kann nicht mehr, können wir mal nicht mehr auf meinem Sohn. Und dann macht er es halt einfach. Und die Frau wird nie wieder so richtig thematisiert. Dazu hast du dann Joachim Krohl als seinen Schwiegervater oder Vater, ich weiß es gerade nicht, der dann auch irgendwie gefühlt nur dafür da ist, um mit Dortmund-Schal auf der Couch zu sitzen und irgendwelche Weisheiten von sich zu geben, die aber auch letztlich nichts bringen. Es ist schon sehr, ja, also ich möchte das Wort nochmal nennen, gefährlich. Es ist schon so eine Art von Film, da soll man reingehen und soll dann so ein bisschen Mitleid haben mit den Leuten, aber auch dann so wieder mitfiebern und dann mit diesem Gefühl auch aus dem Film kommen, so, ja, das ist ja, das ist mein richtiger Vater. Es ist nicht alles gut gewesen, aber er hat sich Mühe gegeben und es ist schön. Also so eine Wohlfühlgeschichte. Und das hat für mich auch nicht funktioniert. Zum einen, da muss ich ehrlich sein, einfach weil die Thematik nicht meins ist, weil Fußball ist halt einfach uninteressant für mich, hoch zehn. Aber man hätte es ja auch anders erzählen können, also, dass der Fußball gar nicht so sehr im Fokus steht, aber da gebe ich dir auch recht. Letztlich ist es ein Film, wo wir sehen, wie Florian David Fitz durch Europa reist oder durch Deutschland reist und immer dann, wenn es benötigt wird, bekommt der Junge dann immer seine, ich nenne es mal ganz politisch und korrekt, Anfälle und dann muss Florian David Fitz das irgendwie lösen. Ob es jetzt in der Toilette ist oder im Zug, weil die Nudeln irgendwie die falsche Soße abbekommen haben. Das alles eskalierte halt immer zu unserer Belustigung und aber auch, damit wir sehen können, dass der Flori das dann eben doch noch schaukelt und vor allem, dass der Flori halt auch nur ein Mensch ist. Und das ist schon relativ abgeschmackt, das stimmt schon, ja. Ja, und dann hat der Film auch sehr unangenehme patriarchalische, man kann es gar nicht Untertöne nennen, man müsste es eigentlich Übertöne nennen. Zum einen wird eben die Care-Arbeit, die die Mutter hier jahrelang leistet, vollkommen entwertet und einmal ein bisschen am Wochenende oder so mit dem Papa abhängen, bringt dem Kind tausendmal mehr als all das, was die Mutter die ganze Zeit noch während dieser Sache und davor geleistet hat. Diese Suggestion, dass zwischen Vater und Sohn immer dieses ganz besondere Band da sei und Mama hat ihn viel zu sehr verhätschelt und das ist tatsächlich, denke ich, eine fast schon toxische Message, die dieser Film hier sendet, oder eine, die zu Schaden führen kann, dass das Kind quasi nur in so einer Art Konfrontationstherapie in Situationen gebracht werden müsste, in denen es eskaliert und dass es dann dadurch aber abgehärtet wird und das dann irgendwann sogar richtig genießen kann. Und um Gottes Willen, das sollte man aber bei Leuten, die, egal ob sie traumatisiert sind oder Phobien haben oder eben im neurodivergenten Spektrum irgendwo sind, auf gar keinen Fall machen. Diese Leute triggern, aussetzen, so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen. Denn gerade das ist eben dieses Problem, man kann sich nicht zusammenreißen. Es geht da eben wirklich um eine bestimmte, ja, psychologische, neurologische Störung und das hat nichts mit irgendwie verweichlicht sein oder dergleichen zu tun. Natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, Situationen durch Bewältigungsmaßnahmen und dergleichen besser zu überstehen, aber einfach sowas wie, jetzt halt es aus, oh, du willst nicht und auf gar keinen Fall berührt werden, jetzt schubsen wir dich hier in die rappelvolle Fan-Curve im Fußballstadion, was ja ein extremer Kontrast ist. Und dann klappt es auf einmal. Und das, da merkt man eindeutig, dass man sieht, okay, nee, so kann das nicht gewesen sein oder da fehlt irgendwas und das fühlt sich unglaubwürdig und unreal und auch wirklich nicht so an, als ob die Leute sich intensiv mit dieser Thematik und den Messages, die sie senden, auseinandergesetzt hätten. Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil das ging mir auch so. Ich weiß halt, es beruht auf einer wahren Geschichte. Bei mir in der Vorstellung war auch eine Journalistin zu Gast, die Familie wohl auch persönlich mal getroffen hat. Ich glaube, die haben da auch ein Buch geschrieben mit ihren Erlebnissen, die sie da gesammelt haben. Und das ist ja wirklich, also die haben diese Reisen ja wirklich erlebt. Aber ich hatte nie das Gefühl bei diesem Film, dass es eine wahre Geschichte ist. Ich weiß auch nicht, es wurde mir so erzählt, es kam mir nie der Gedanke, dass das wahr sein und dass das auf einer wahren Geschichte basiert ist. Das basiert es, glaube ich, besser. Hat nicht funktioniert bei mir. Wenn es am Ende nicht halt diese obligatorischen Bilder gegeben hätte von den echten Mirko und dem echten Jason, dann hätte ich mir gedacht, gut, da hat sich ein Drehbuchauto halt irgendwas ausgedacht und die Geschichte klang auf dem Papier dann vielleicht besser wie letztlich als finaler Film. Aber das ist, ich weiß nicht, dieses Authentisch hat mir gefehlt. Das war halt für mich auch wirklich nichts Authentisches. Und ich war noch nie im Stadion, deswegen kann ja sein, dass es da wirklich so abgeht, keine Ahnung. Aber gerade halt vor allem, wie die Familie gezeigt wird, wie auch sein Job gezeigt wird, wie diese Eskalationen dargestellt werden, das hat für mich einfach nicht funktioniert. Das, ja, hat es nicht. Punkt. Man muss hier auch ansprechen, dass dieses Milieu der Fußballfans ja ein sehr spezifisches ist. Es ist eine Szene, die immer wieder mit Rassismus, mit Nationalismus, mit Queerphobie und auch Chauvinismus kämpft, sage ich mal. Natürlich sind nicht alle Fußballfans so, aber es gibt diese Probleme, die da immer wieder massiv hochkochen. Es ist doch ein oft sehr martianisch-aggressives Milieu, da ist viel toxische Männlichkeit, die da am Wodeln ist. Und dass gerade dieses Milieu ganz spezifisch im Kontrast zum häuslich-fürsorglichen Umgang mit der Mutter präsentiert wird und als positiv und heilend dargestellt wird, sendet hier eben auch ein sehr fragwürdiges Bild von Gendernormen und Männlichkeit, also dass nochmal diesen Faktor, dass der Junge nur gefehlt werden muss, verstärkt, aber auch, dass diese problematischen Aspekte der Fußballszene niemals irgendwie gezeigt werden. Wir sehen das nicht und das ist einfach nur eine heile Welt, wo man selbst dem scheinbar trockenen Raudi nur sagen muss, oh bitte, könnte ich hier ein bisschen mehr Raum haben? Aber natürlich, also, dass da gar nicht mehr passiert und das einzige Mal, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber das einzige Mal, als es dann wirklich mal knallt, da sind das, oh, da sind es Russen. Da sind das keine deutschen Fußballfans, sondern das fällt natürlich auch auf, dass es denn gerade in dieser Szene Fremdländer sind. Eine Sache übrigens, das hat mir ein Kollege nach der Vorstellung gesagt, der den Film sehr mochte, aber sagte, eine Sache ist komplett, das ist so unrealistisch, das ist so unglaubwürdig, nämlich der Jason hat ja so eine Liste, die halt befolgt werden muss. Er sagt ja ganz klar, Vereine, die Nazis haben, viel Glück dabei, die wird er nicht nehmen und vor allem, die Toiletten müssen sauber sein und er sagt dann irgendwann, weil das, Borussia Dortmund hat saubere Toiletten und mir wurde jetzt gesagt, das ist dem nicht so. Also, unrealistisch, unrealistisch, Minuspunkt für Wochenend-Rebellen. So, ihr habt es zuerst gehört vom Titelstammtisch. Ich möchte noch kurz über den Regisseur reden, wenn es dir recht ist, nämlich Mark Rotemund. Der hat ja seine Karriere angefangen, so mit, ich glaube, in den späten 90ern mit so Sachen wie das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit, Oscar für diesen Titel und hat jetzt in den letzten Jahren wirklich so, ich möchte fast schon sagen, so seine Nische gefunden, indem er so, ja, war Geschichten verfilmt. Er hat gemacht, seinen Sophie-Scholl-Film klammer ich mal aus, ich glaube, der war auch Oscar-nominiert. Er hat gemacht Heute bin ich blond, er hat gemacht Mein Blinded mit dem Leben und er hat gemacht Dieses bescheuerte Herz und jetzt halt eben Wochenend-Rebellen und ich habe das Gefühl, das ist so seine Nische, da fühlt er sich wohl, aber ich würde ihm empfehlen, vielleicht doch mal was anderes zu probieren. Oder siehst du das anders? Nee, das empfehle ich ihm auch. Bitte nicht noch mehr davon. Diese Verzweiflung in der Stimme ist ja toll gerade. Ich sehe gerade, wie du vor deinem Mikro stehst und die weiße Flagge hießt. Ja, ja, also das ist wirklich, nee, also und bitte nicht nochmal mit Florian, also das möchte ich eigentlich auch mit Florian David Witz sagen, bitte nicht weiter den Vater von irgendwelchen Kids spielen, die es schwerer im Leben haben, aber dann so tun, als ob kein Kind mit was weiß ich für Herausforderungen es je so schwer haben kann, wie der völlig privilegierte Vater dieses Kindes. Bitte nicht nochmal. Aber das ist, das finde ich ganz interessant, weil du hast im Laufe der Besprechung, glaube ich, auch immer wieder gesagt oder meins wahrgenommen zu haben, dass es so wirkt, dass es ein Film von Florian David Witz ist. Aber es ist es ja nicht. Es wirkt wirklich so, ja. Es wirkt so. Nee, es wirkt aber so, als ob, also das ist wirklich, es ist nicht von ihm, es ist von Marc Rotemund, aber man hat das Gefühl, dass es, dass Florian David Witz hier wirklich, es hat einfach so viele Elemente von seinen Filmen, dass es tatsächlich so scheint, als ob der Marc Rotemund immer wieder vom Regie schon geschubst hätte. Aber du, das ging mir auch bei Oscars Kleid so, den ich wirklich felsenfest als Regie Florian David Witz, aber er hat nur das Drehbuch geschrieben und Regie hat, glaube ich, dieser Hüsse in Tabak, glaube ich, hieß der Werte Mann, gemacht. Aber es ist schon interessant, dass dieser, dieser Florian David Witz so ein bisschen, ich möchte es ja gar nicht laut sagen, aber so, so vielleicht so der Schweiger der Neuzeit, weil irgendwie, du siehst ihn und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde ihn ja nicht unsympathisch oder untalentiert, aber du siehst ihn und du hast sofort so dieses, dieses Bild vor Augen, was jetzt passiert und das wird auch dann geliefert. Ja. Und das ist, glaube ich, schade. Ich glaube, es würde ihm gut tun, wenn er einfach mal, weiß ich, ein Arschloch spielt oder sowas. Das würde ich gerne mal sehen. Ich wünsche es ihm nicht, dass er sich so festfährt wie halt eben Kollege Schweiger. Das fände ich, glaube ich, echt schade. Ja, und bitte weg von diesem Thema, Neurodivergenz und wenn man sich damit nicht beschäftigen möchte, mit der Realität solcher Leiden, dann es besser doch einfach lassen oder wirklich zurücktreten und den Leuten, um die es da eigentlich gehen sollte, die Hauptrolle im Film überlassen und sagen, nee, ich bin jetzt mal nur im Hintergrund und es geht um diesen Menschen und es geht nicht um mich. Das wäre vielleicht eine große Herausforderung. Das stimmt, aber es sind auch wahre Worte und ich glaube, mit diesen wahren Worten könnten wir diesen Podcast auch abschließen, oder? Ja. Gut. Ich glaube, ein Fazit brauchen wir auch nicht zu fällen. Wir beide sind keine Fans. Das haben wir jetzt in knapp acht Minuten, glaube ich, gut ausgearbeitet. Wenn ihr euch den Film angucken wollt, dann bitte, Hauptsache Kino ist meine Devise. Wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, denn in den Teele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino oder im Stadion. Ole, ole, sage ich noch eins. Und Lida, dir gebührt das letzte Wort. Ich verabschiede mich ebenso. Hört weiter rein beim Teele-Stammtisch und genießt euer nächstes Event, ob Sport oder Film. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Teele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.